einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial gleichzeitig Vorstellungsvideo ich weiß noch nicht wie ich es nennen werde und zwar geht es um einen, wie ihr in der Videobeschreibung gelesen habt, um ein Recovery Programm und zwar von Wondershare Recoverit und Wondershare ist da auf mich zugekommen und hat gefragt ob ich da Bock hätte auf eine Kooperation, dass ich das mal vorstellen könnte oder ob ich überhaupt Bock habe das vorzustellen und ja ich habe gedacht das ist eine geile Möglichkeit mal wieder ein Recovery Programm vorzustellen, weil seien wir mal ehrlich nicht nur ich bin verplant einige von euch ja auch und dann kommt es schon mal vor dass man aus Versehen was löscht, Tobi, Grüße gehen raus, der hat vor kurzem aus Versehen seine Festplatte löschte mit den ganzen Kinderfotos drauf und da ist es dann schon gut wenn man dann irgendwie ein Recovery Programm hat und Sachen wieder herstellen kann. Ja und das möchte ich euch mal vorstellen, das ist hier, wir gucken uns aber erst mal die Webseite an und dann erkläre ich euch noch ein bisschen was dazu und zwar ist das hier die Wondershare Webseite, hier haben wir die kostenlose Testversion für Windows, hier die kostenlose Testversion für Mac. Ihr könnt es aber auch gleich wenn er sagt, ja ich habe das Video gesehen, ich bin damit zufrieden, ich kaufe das gleich mal, dann könnt ihr hier oben auf Shop gehen, wo ist er da oben, hier oben ist der Shop und ich habe die Shop Seite schon mal eröffnet, das sieht dann so aus, ja und hier haben sie halt ganz viel Software drinnen, logischerweise und hier ist Recoverit, da könnt ihr dann hier auch gratis testen, könnt ihr hier drauf drücken, dann wird es runtergeladen oder wenn er wie gesagt hier drauf drückt, wird es runtergeladen, ich habe es ja schon, ich brauche es jetzt nicht nochmal runterladen oder ihr geht halt auf jetzt kaufen und dann habt ihr halt verschiedene Möglichkeiten, Windows und Mac, Mac ist gleich mal das Doppelte teurer, seht ihr hier, oder über das Doppelte, ein Jahr Abo, ein PC, 79,99 anstatt 9,80 und für Windows 39 anstatt 9,40. Ein Jahres Abo für Ultimate kostet 9,50. Ultimate braucht er aber nicht wirklich, weil das Einzige was bei Ultimate dazu kommt, ist ein Bootfeed Medium erstellen, also USB Stick, DVD, CD, wo der PC dann halt bootfähig mit diesem Medium starten kann, dass er nicht von Festplatte startet, sondern von CD, USB Stick oder was weiß ich, Festplatte und dass ihr dann praktisch, wenn das Betriebssystem mal irgendwie eine Macke hat oder so, noch Daten, die auf der C-Festplatte sind, wieder zurückholen könnt, also Fotos, Musik, irgendwas, was ihr gerade gespeichert habt, PC ist abgekackt, startet da von CD, dann haut dann USB Stick, Festplatte oder irgendwas dran und schiebt dann von der C-Festplatte alle drauf oder wenn ihr mehrere interne Festplatten habt, könnt ihr von C auf D, E, F oder was weiß ich irgendwo hin kopieren, dass ihr euch die Daten nicht verloren gehen und dann macht euer Betriebssystem neu und dann fertig ist. Oder ihr versucht zu reparieren, wenn es mal nur irgendwelche Kleinenfehler hat. So, es gibt ein Jahresabo, also eine lebenslange Lizenz gibt es auch, also das Jahresabo kostet 39 und das Jahresabo kostet, also ne Quatsch, bin ich bescheuert, Monatsabo haben wir das kleinste, 35,99 Euro, ist Quatsch, 4 Euro mehr und wir haben ein Jahresabo und lebenslang 10 Euro mehr und wir haben eine lebenslange Lizenz für einen PC. Wenn ihr natürlich mehr wollt, na, hier wird er das jetzt gerade, wieso zeigt er das jetzt nicht an, doch jetzt. So, äh, Recoverit für Windows, äh, Recoverit Pro für Windows, so, Pro brauchen wir nicht, wir brauchen noch Recoverit, äh, ein Jahresabo und wir wollen das jetzt für, sagen wir mal, 2 bis 5 PCs haben, ja. Lebenslang geht's, persönliche Lizenz haben wir dann hier noch, ja. Lebenslang wird dann halt nicht mit mehreren PCs unterstützt, sondern nur für einen, ja. So, dann können wir das schließen, dann starten wir mal Recoverit, dass ich euch das Programm mal vorher erstmal zeigen kann, wie das optisch aufgebaut ist. Ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen, äh, immer so, wie ich Luft habe, da, die ganze Zeit am Testen, am Machen und so. Ja, ja. So. Und so ist es dann halt aufgebaut. Wir haben praktisch, äh, hier oben alle unsere Festplatten, die eingebaut sind. Das ist meine lokale C-Festplatte. Und wie der Herstellungspunkt und Lokal-Disk, das ist ein Teil von C. Ja, von, ist halt so. Dann haben wir D und E, wobei D und E eine Festplatte ist. Ähm, die habe ich, die habe ich halt partitioniert. D sind meine ganzen Daten drauf, Programme, Dokumente, alles Mögliche. Und bei E wie Games, also Games, E-Festplatte, da sind die ganzen Spiele drauf. Da habe ich jetzt, äh, Steam drauf, äh, Twitch-Launcher, äh, von Ubisoft, das Ding und, äh, Epic. Den Epic-Launcher habe ich ja auch drauf. Das hat den Vorteil, dass, wenn ich meinen PC neu mache, halt immer nur beim Installieren dieser Programme sagen muss, A, nicht auf C-Festplatte, mach das mal auf D, äh, auf E. Und dann brauche ich bei Steam mich auch nur anmelden. Ich brauche kein Code eingeben, gar nichts. Die Spiele sind alle schon da. Ich brauche nichts mehr runterladen und habe da Ruhe. So, Volumen F ist eine ehemalige 2,5 Zoll Festplatte aus meinem Laptop. Die habe ich jetzt hier reingemacht. Ist eine SSAD. Die nehme ich für Aufnahmen. Ähm, die 15 MB weiß ich nicht, wo die hingehören. So, hier unten externe Laufwerke, werdet ihr, findet da alles, was extern ist. Also jetzt nur der USB-Stick, wenn ihr mehrere dran habt, mehrere USB-Sticks, Festplatten oder, äh, SD-Karten. Und dann haben wir hier noch Speicherorte, Papierkorb, Desktop, Ordner auswählen. Ich habe Desktop schon getestet und Ordner habe ich getestet. Das erste Video fand ich aber scheiße, deswegen habe ich, mache ich jetzt hier nochmal ein neues Video. Ähm, Daten von einem abgestürzten PC. So, aber wir wollen jetzt hier, ihr seht, die ist komplett leer, der USB-Stick. Wo haben wir denn jetzt? Da, guck, PC. So, hier haben wir jetzt unseren PC. Ich schiebe das mal hier rüber. Und da haben wir hier den USB-Stick. So, der ist jetzt leer. Den schieben wir jetzt mal hier nach rechts. Und dann haben wir hier, für den Test, habe ich jetzt hier eine RAR-Datei, wo das eigentlich alles hier drin ist. Dann, das ist eine PNG, die nicht transparent, also ein PNG, was nicht transparent ist, ein PNG, was transparent ist. Ein JPEG und zwei Audio-Dateien. So, die schieben wir mal hier rüber. Und das, was das speziell zu tun hat, habe ich selber von Nemesis, von dem Sänger, von dem Bassisten, ist das gemacht worden für mich. Und, ja, das ist jetzt nur für euch und nicht für kommerzielle Zwecke. So, außerdem wird da Odin und Odins Test gesungen. So, dann machen wir mal hier Ansicht. So, ihr seht, das ist jetzt alles da. Jetzt muss ich euch aber noch was dazu sagen, was ihr beachten müsst. Ich habe diesen USB-Stick jetzt hier schon mit den gleichen Daten, nee, außer die RAR-Datei, zwei- oder dreimal formatiert. Beziehungsweise raufgemacht und gelöscht, raufgemacht und gelöscht. Und wiederherstellt und geguckt und gemacht. Es ist so, wenn ihr Sachen jetzt auf den USB-Stick-Festplatte raufmacht und dann löscht und die wiederherstellen wollt, findet ihr sie nicht gleich. Es kann sein, dass ihr zwei, drei Sachen davon findet, aber nicht alles. So war es bei mir. Wenn ihr das raufmacht, den USB-Stick einmal trennt, wieder reinmacht, löscht, findet ihr schon mehr Sachen wieder. Es muss schon, also nicht nur raufmachen, löschen und wiederherstellen. Das funktioniert nicht wirklich. Da könnt ihr Glück haben, dass ein, zwei Sachen wiederherstellt wurden. Aber ihr müsst schon mehr Zeit da verstreichen lassen und den USB-Stick auch eh mal am besten abmachen und wieder ranmachen. So, wie gesagt, ich habe das jetzt, die Daten hier, ich habe es jetzt extra nochmal im NTFS-Format gemacht, einmal raufgemacht, gelöscht. Das ist das zweite Mal, dass ich diese Daten jetzt da raufmache. So, und dann gehen wir mal auch zurück. Und jetzt formatieren wir das einfach mal. Formatieren, wir lassen NTFS-Format, starten. Ja. Ja, und alles geht verloren, ist mir ja klar, weiß ich. So, okay. Und jetzt ist der Ordner, also der Stick leer. Jetzt wollen wir dem hier natürlich sagen, such mal durch. Ihr werdet jetzt hier sehen, er findet wesentlich mehr. Ja, das ist nämlich noch was, was ich richtig geil finde an dieser Wiederherstellungssoftware. Wie kann ich euch mal hier drüben zeigen. Hier USB-Drive, FAT32, USB-Drive, NTFS, Word-Dateien. Das weiß ich jetzt nicht, da ist alles Mögliche drin. So, das heißt, ich hatte es, hier haben wir die FAT32-Datei. Da ist alles, was auf dem USB-Stick, mal, oder fast alles, was drauf war, wo der Stick noch im FAT32-Format war, drin. Das ist richtig geil. So, der sucht ja hier noch, hier seht ihr, er findet hier immer mehr. Eine APK-Datei findet da, also eine Android-Datei. Der findet Bilder, der findet alles Mögliche. Hier bei NTFS findet da natürlich auch einiges. Da ist er jetzt noch am Besuchen. Und hier die Word-Dateien, da haben wir jetzt hier ZIP-Format, RA-Format, PSD, PNG, PDF, MP3, JPEG, DOC. Also, Word-Dateien, ich denke mal, da ist alles drin, was... Was in diesem Beden hier zu finden ist. Also, was hier in FAT32 und NTFS ist, ist hier im RAW-Format nochmal hinterlegt. Denke ich mal. So, wir müssen jetzt hier noch kurz warten. Ich würde das jetzt ungern cutten. Ich würde euch wirklich zeigen, wie schnell das eigentlich geht. Wie sagt ihr, der USB-Stick ist jetzt auch nur 2 GB groß. Bei größeren Sachen dauert es natürlich länger. Ich habe es im Video davor, vielleicht schalte ich das auch nochmal frei für euch, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich weiß es nicht. Ich habe es fertig gerendert, ist es. Aber ich habe es mir dann nochmal angeguckt, beim Rendern angeguckt. Aber es fällt mir nicht so wirklich. Da habe ich auch vom Ordner was wieder hergestellt, also einen Ordner auf dem Desktop erstellt. Das dauert ewig. Das dauert ewig. Der überprüft die ganze Festplatte und findet, weil der Ordner ist ja irgendwo auf der Festplatte hinterlegt. Und dann findet er nicht nur das, was ich gerade vor kurzem aus diesem Ordner gelöscht habe, sondern auch viel, viel, viel mehr Sachen. Aber die, die ich gelöscht habe, hat er auf jeden Fall gefunden. Also da kann ich sagen, das funktioniert recht geil. So, wir haben jetzt 161 Dateien gefunden. Wir kriegen 150. Wir kriegen ein Tonsignal. Und jetzt markieren wir uns das einfach mal, dass wir das hier alles wollen. Test wiederherstellen. So, hier habe ich das erste Mal wiederhergestellt. Das werde ich mal umbenennen in Alt. Falls ich wieder mal nicht nach Datum, Uhrzeit gucke. Markiere mir hier auf der linken Seite, dass ich alles wiederherstellen will. Wir wollen ja alles mal durchgucken. Ich will nicht nur das NTFS wiederherstellen. Ich will alles wiederherstellen. Sagen wir wiederherstellen. Jetzt sagt er, wo willst du denn das wiederherstellen? Wenn wir nehmen C, dann nehme ich, ich habe es jetzt auf dem Desktop, deswegen User, Odin, Desktop. Und dann haben wir hier Testwiederherstellung. Und da können wir gucken, da haben wir hier Alt drin. Wir machen es einfach in den Hauptordner rein. Sagen OK. Und das dauert jetzt. Das dauert jetzt. Also da steht zwar 5 Minuten, das haut aber nicht wirklich hin. Ich denke mal, die 5 Minuten sind nur so eine Alibi-Zeit oder so. Es kann mal mehr, mal länger dauern. Jetzt dauert es natürlich keine 5 Minuten. Aber wenn ihr mehr Sachen drin habt und da steht 5 Minuten oder 10 Minuten, dann läuft die Zeit ab und dann fängt es wieder bei 10 Minuten an. Also die Zeit, da braucht er nichts drauf geben. Ihr seht schon, wir sind bei 71 Dateien, die er schon wiederhergestellt hat, von 150. Also wir haben fast die Hälfte schon geschafft. Und die Zeit ist noch nicht mal die Hälfte runter. Also von daher. Also jetzt haben wir 50 Prozent. Das haut auch nicht hin mit den über 80 Dateien bei 50 Prozent. Aber das ist vollkommen egal. Es geht darum, dass es fertig wird und dass es funktioniert. Und das macht es wirklich. Jetzt müssen wir kurz warten. Gleich ist es soweit. Wir sind schon bei 900 Dateien. Und ihr seht, die Zeit ist gerade mal bei 3,44. Also wir sind jeden Augenblick fertig. Das wartet auch nicht, bis die Zeit abgelaufen ist. Wenn der Balken da fertig ist, dann ist es fertig. So, es ist fertig und er öffnet sofort den Ordner. Können wir mal sagen, okay. Wir können das ja mal nach unten verschieben. So. Und er hat sofort den Ordner geöffnet. Ich kann euch auch zeigen, dass er dieser Ordner ist. Wir schließen den einfach und gehen einfach auf den Testordner. Und hier öffnen wir uns die neue Recovery Datei. Ich muss meine Brille mal aufsetzen. Na, Doppelklick. So. Und dann haben wir hier einmal FAT32. Wir haben NTFS. Und wir haben RAW. Wir nehmen erst mal NTFS. System Volume. Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Ist es hier drin. Kann nur sein, dass es im RAW Format gefunden wird. Da habe ich immer noch nicht so ganz durchgesehen. So, RAW. Und dann nehmen wir einfach mal PNG. So, und da haben wir denn das und das. Das ist schon mal da. Und noch Sachen, die Aspach-Uhr alt sind. Hier sind Kontoauszüge. Ne. Das ist von Madame Tussauds, glaube ich. Genau. Von Madame Tussauds. So, ein Screenshot. Den habe ich mitgenommen. Falls es da halt irgendwas Probleme gibt, dass ich zeigen kann. Ich habe das gekauft und per Paper bezahlt. Da habe ich so fünf Tickets für einen schmalen Thaler gekauft. Also praktisch fünf Attraktionen in Berlin. Und da waren meine Frau, meine Tochter und ich. Und Berlin Dungeon haben nur meine Frau und ich immer zu meinem Geburtstag. Da hat sie mir halt gesagt, dass sie schwanger ist an dem Tag. Ja. Ich denke mal, das werde ich aufheben. Ich wusste gar nicht, dass ich das noch habe. Da haben wir noch PSD-Dateien. Sind Adobe-Dateien. Also Photoshop. JPEG. Da haben wir hier den Pause-Bildschirm. Ich kann euch den Ordner nochmal öffnen. So, den Pause-Bildschirm. Das ist ein JPEG. Achso, hier habe ich das schon. So, habe ich schon gelöscht. Ihr habt so. Und wir keulen ja noch die Lieder. Äh, MP3. So, da hat er jetzt eins gefunden. Geht das auch? Ja. Das kurze hat er gefunden. So. Und bei FAT32 kann ich euch mal zeigen, da findet der einen Haufen Scheiß. Der findet hier Sachen. Aspach-Ult. Hier steht zwar jetzt das aktuelle Datum. Aber das ist ewig her. Hier zum Beispiel YouTube-Banner grün. Das habe ich von Stefan gekriegt. Das ist ja... Oh, fuck ist das her. Da, wo ich das neue Logo gekriegt habe. Also bestimmt schon ein Jahr her. Ähm, was haben wir denn noch? Irgendwas, was ich euch zeigen kann. Hier von Nemesis, wo er hier war, wo ich ihm das YouTube-Profil gemacht habe. Das ist auch schon über ein Jahr her. Und die hatte ich ja alle schon gelöscht, die Dateien. Hier meine Enigma-Listen, die ich aus Versehen gelöscht hatte. Jetzt habe ich sie wieder. Also hier ist ein Haufen Zeug mit bei, was ich mir dann auf jeden Fall nachher auch nochmal extra sichern muss. Wo ich schon gedacht habe, das ist verloren, Jan. So. Er geht sehr, sehr schnell. Habt ihr gesehen. Der Datenträger ist aber auch dementsprechend klein. Verlassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier Ordner wiederherstellen wollt und irgendeinen speziellen Ordner von der Festplatte nehmen wollt. Oder von einer anderen Festplatte. Dauert das dementsprechend länger. Ich habe das alles durchgetestet. Also ich habe Ordner wiederhergestellt. Da habe ich auch einen Papierkopf wiederhergestellt. USB-Stick habe ich hergestellt. Ich habe von der Festplatte wiederhergestellt. Und... So. Der geht jetzt gleich weg, ja. Und der USB-Stick, den habe ich heute extra dafür genommen. Weil ich ja mitgekriegt habe, wie lange das dauert, zum Wiederherstellen. Teilweise. Und das scannen. Und ich das ja nicht schneiden wollte. Großartig. Damit ihr seht, wie das alles am Stück funktioniert. Und das das auch funktioniert nicht. Das das heißt, das funktioniert gar nicht. Habe ich extra den kleineren genommen. Den blauen. Mit zwei Gigabyte. Ja. Habt ihr gesehen. Ich habe so herrnach Sachen wiederher gefunden, wo ich nicht mal wusste, dass die auf dem Stick waren. Okay. Und Sachen von ein paar Jahren noch. Also von über einem Jahr. Also das Älteste, was ich so zuordnen kann, ist über ein Jahr her. Die anderen Sachen können auch sein, dass sie schon teilweise älter sind. So. Dann würde ich sagen, dann war das jetzt für hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ich bin auch noch weiter am Testen. Ich werde die Software natürlich noch weiter testen. Ich will noch ein bisschen was machen damit. Und gucken, ob das alles, wie das funktioniert und so. Nochmal Ordner wiederherstellen und so. Ähm. Ähm. Es funktioniert. Aber, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt. Wenn ihr Sachen auf dem USB-Stick macht. Den löscht. Und dann sofort wiederherstellen wollt. Äh. Das habe ich mit dem Stick getestet. Ich habe es mit meiner SD-Karte getestet und so. Die findet dann nicht sofort wieder. Die findet dann nicht wieder. Könnt ihr Glück haben, dass ihr ENSB-Dateien da wiederfindet. Also am besten dann halt einmal trennen vom PC. Wieder ran machen. Ähm. So genaue Zeit kann ich euch da nicht sagen. Aber es sollte schon etwas länger auf dem Stick sein. Damit man es wiederherstellen kann. Also so 1-2 Tage, das ist schon okay. Aber wenn ihr jetzt sofort innerhalb von ein paar Stunden. Da kann es sein, dass ihr nicht alles wiederherstellen könnt. Also es ist meine persönliche Erfahrung. Es kann sein, dass es bei euch funktioniert. Aber meine persönliche Erfahrung. Raufmachen. Löschen. Wiederherstellen. Funktioniert in der Regel. Nicht zu 100%. So. Sagen wir mal so 50. 50 bis 80%. So. Das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn ich euch helfen konnte. A Däumchen wäre a Träumchen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Vielen Dank.